...für sich selbst und zum Motivationen. Auch wie keine andere Partei in Deutschland ist, zu verbeugen, diese Chancen uns selbst zu nehmen. Wir sind dann schon mit unseren Prinzipien. Meine Damen und Herren, wir müssen der politischen Lagertheorie eine klare Absage erteilen. Wir Freien Demokraten, nur in einer solchen Streitkultur, Arbeit und Repositionen werden auch draußen geschlossene Unterstützung finden. Die Aufforderung, die habe ich noch gehört, oder habe ich in den letzten Tagen... ...als Bildungsminister zweimal Milliardenprogramme. Ihre Steuergeld an die Subventionen für die Erhaltung dieses Großes. Ein Lebenslauf, das wird eh mit lang, geboren 1971 in Nürnberg. ...Aufstellungsbrechen der Kandidaten, die ich anstatt umgehen kann. ...die Teilweise Stimmenenthaltungen zulässig... ...das mit dem Fernsehlauch... ...nein, also es muss ja eine... ...auf der Eier hat sich viele 371... ...Aufstellungsbrechen... Wir vertreten eine moderne Partei, wir sind in einer Partei, die in Deutschland reformfähig ist, quer durch alle Bereiche. Wir haben zu viel Staat, wir haben zu wenig privates Engagement, wir haben völlige Veränderungen nach der Wiedervereinigung. Und das können wir. Wir haben eigentlich nicht Wahlen verloren, weil wir kein gutes Programm hätten. Wir sind eine sehr modern-liberalte Partei, wir haben in den neuen Territorien verloren verloren. Das ist unser größtes Problem. Und Herr Westerwelle, wir müssen in den nächsten Wochen, in den neuen Territorien, sprechen mit den Leuten, sprechen mit unseren Gemeinden. Es ist nicht eine Frage von unserem Programm. Es ist eine Frage von den Menschen. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Genau, Herr Günther. Das beschreiben wir über den Zulrecht. Ich meine, die Beschreibung...